Herzlich Willkommen im Gaming Room von SmackBoom und wir haben was ganz besonderes vor. Wir werden nämlich Super Mario Brothers nicht auf der normalen Art und Weise spielen, sondern auch sehr unkonventionelle Weise, nämlich Split Joy-Cons. Der eine rennt, der andere springt. Jeder hat einen Joy-Con. Wir haben so eine Joy-Con Halterung hier. Da plöppen wir das Moped jetzt rein. Das heißt, ich bin der Läufer. Ich bin der Springer. Jörn ist der Springer und wenn wir eine Feuerblume, falls wir dazu kommen sollten, jemals eine Feuerblume zu ergattern, darf Jörn auch schießen. 1985 mal vollkommen anders. Willkommen in der Zukunft. Wir legen los. Drei Leben, ob das reichen wird. Ich bin gespannt. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die erste Welt zu schaffen. Warte, ich gehe jetzt einmal kurz hier hin. So. Warte. Ah! Oh, Jörn! Die haben wir jetzt keine Feuerblume mehr. Spring, spring. Aber da ist Bowser. Spring. Warte, spring jetzt nicht rum. Wir warten jetzt, wenn er... Boah! Warte, ich nehme jetzt Anlauf. Ich nehme jetzt Anlauf. Jetzt spring. Ja! Aber es war nur die erste Welt von Super Mario Brothers. Jetzt können wir eigentlich das komplette Spiel durchspielen, oder nicht? Also ich finde, dass wir eigentlich dafür schon den Bogen, wenn nicht sogar den Doktor-Titel verdient hätten. Also wenn, brauchen wir da frische Telefon. Meinst du noch? Kennen wir einen vielleicht? Hi! Ja? Hi, der Björn hier. Eigentlich können wir doch das ganze Spiel durchspielen. Das komplette Spiel Mario Brothers. Aber da bräuchten wir vielleicht Hilfe. Da haben wir an dich gedacht. Du bist doch da genau der Ding für. So ist dein Ernst. Wer ist der noch? Ich heiße nicht nur Fabian, sondern euch auch herzlich willkommen. Es gibt ein Video hier. Super Mario Bros. Das komplette Game. Split Joy-Cons. Der eine springt. Der andere rennt. Und der ganz andere sitzt daneben. Der andere rennt. Und dass ihr es möglichst schnell schafft. Und für mentale Unterstützung ist sie auch noch mit dabei. Geht's los? Es geht los. Los geht's. Wäre schön. Aber war kein 5.000. Aber war okay. Egal. Okay. Ich bin langsam gefühlt. Langsam vor allem. Ich gehe dann mal nach Hause. Ich bin langsam gefühlt. Ich bin langsam gefühlt. Ja. Okay. Zack. Also wenn Mario sich dukt, sieht ja aus, als ob er eine riesen Ladung in seinen Latzose reinpfeffern würde. Okay, durch, go. BÄM! BÄM! So, jetzt. Ja, komm, wir müssen durchführen. Jetzt durch. Einfach durch. Einfach durch. Oh, nein! BÄM, Alter! Okay, lasst ihn mit seinen Hämmern machen. Lasst ihn mit seinen Hämmern machen. Wir warten auf den Sprung. Wir warten auf den Sprung. Yes! Oh mein Gott! Kleine Welt noch. Oh mein Gott! 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 Vielen Dank.